Dann kommen wir zu den Abstimmungen über die Beschlussempfehlung. Zunächst möchte ich noch den Hinweis machen, die allgemeine Bitte. Die für die fraktionslosen Abgeordneten geschaffenen Plätze sollten auch bitte für die beiden fraktionslosen Abgeordneten freigehalten werden, was immer das heißen mag, Straßvors, insbesondere bei den Abstimmungen. Vielen Dank dafür. Jetzt kommen wir zu den Abstimmungen. Meine Damen und Herren, sind Sie aufmerksam? Müssen Sie bei mir immer sein. Ich rufe Tagesordnungspunkt 57 auf. Meine Damen und Herren, ich bitte um Aufmerksamkeit. Beschlussempfehlung der Ausschuss zur Petition, Drucksache 20 8490. Wer stimmt den Beschlussempfehlungen zu? Wer ist dagegen? Keine. Es war einstimmig. Dann ist dies einstimmig. Von allen Fraktionen und den fraktionslosen Kollegen so beschlossen. Das war einstimmig. Amen.